Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge, naja, ein paar Leute von Trinity auf jeden Fall erledigt und sind jetzt auf dem Weg, einen Gefangenen zu befreien. Meiner Vermutung nach wahrscheinlich Jonah, weil erwähnt wurde, dass er wahrscheinlich viel darüber weiß, über unsere Suche und all das. Und ja, genau, ich hoffe, wir finden den guten Mann. Denn ich sag mal so, wie schon erwähnt, ohne Jonah ist das kein Tomb Raider. Ja, Tomb Raider. Ich weigere mich, einen Tomb Raider ohne Jonah zu spielen. Bin ich ehrlich. Werde ich nicht tun. Okay. Ja, wir haben leider kein Scharfschützengewehr, sonst könnte man das jetzt richtig geil machen, indem man da einfach snipet. Ich sehe hier aber gerade... Ne, ne, du kannst ruhig runterspringen, alles gut. Ja, oder dann halt runterklettern. Buh! Hey, runterklettern, sag ich. So, hier ist nämlich noch ein Loch im Zaun. Da wollte ich nämlich gerne mal reinschauen, was es hier noch so gibt. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Aber hey. At least, ähm... Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist... Zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. Das nennst du modern? Ja. Weiß ja nicht. Also, weiß nicht, was daran modern sein soll. Das sieht so aus, als könnte man das Gefühl wegschießen. Mach ich aber nicht. Will keine Munition verschwenden. Mehr nicht. Dafür haben die Entwickler einen eigenen kleinen... Okay, egal. Gut, was soll's. Gut, gehen wir da wieder hoch. Und dann sliden wir mit der Seilbahn dort rüber. Ich denke, das wird ganz cool. Einmal ranhängen. Und runter. Beine einziehen. Wie kann ich dir vertrauen? Ich weiß ja nicht, ne? Ich mein, gut, der Hase steht neben ihm. Das ist ein vertrauliches Anzeichen. Na gut, dann. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturn zerstören. Aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen Sie ausschalten. Helfen Sie mir. Und ich sage den anderen, dass man Ihnen trauen kann. Ach so, von der Bande seid ihr also? Missionsbelohnung, Dietrich. Ja, das hört sich gut an. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Kannst du mir vorauszahlen oder so? Also, kannst du mir den Dietrich jetzt schon geben? Anzeige für optionale Missionen. Ja, ja, okay. Optionale Missionen kennt man ja auch schon, ne? Die rote Armee kommt hier. Die rote Armee, also. So, genau. Hier ist noch Munition. Das freut mich. Das ist wunderschön. Das sehe ich gerne. Bitte immer mehr Munition geben. Danke. Sieht aber auch geil aus hier, ne? Mit dem ganzen Schnee und so. Das hat schon was. Okay, gehen wir mal noch hier hoch. Die haben sich hier aber auch Konstrukte aus dem klapprigsten Holz gebaut überhaupt. Die dem Wind am besten gar nicht standhalten. Aber wo man natürlich sagen muss, dass sich das Ganze wahrscheinlich ein bisschen festigt durch das Eis, ne? Ich weiß nicht, ob es dadurch stabiler wird. Das könnte halt wirklich sein. Was war da jetzt drin? Ein paar Goldbarren. Sonst noch was? Nö. Ich geh mal hier hoch. Mal sehen. Vielleicht kommt da unser erster Repeater. Könnte nämlich sein. Das sieht aus nach einem Ort, wo es einen geben könnte. Hopp. Und es gibt dort ein Vogelnest. Und irgendwas hier drin. Stoff, ne? Ne. Ein Blatt. Wow. Ach, ne. Hier ist eine Seil. Ah. Wir müssen hier sogar rüber, ne? Ja gut. Gibt es denn in dem Jägerstandort noch was? Ne, ne? Hier rüber. Los. Let's go. Hopp. Hier sind noch ein paar Materialien. Hier geht es theoretisch runter. Wahrscheinlich wären wir noch so reingekommen, ne? Na gut. Ich wollte das Ganze ein wenig dramatischer machen. Oh, hier ist noch Munition. Was ist das für eine Munition? Wir haben doch nur zwei Waffen. Ne, wir haben nur noch eine, ne? Wir haben nicht mal mehr den Bogen. Fällt mir gerade auf. Das war es also mit, ähm... Mit Stealth Missions. Okay, hier brauchen wir bestimmt einen Dietrich, richtig? Fehlende Ausrüstung. Was, wenn ich einfach aufschieße? Geht nicht. Natürlich nicht. Die haben das sicherste Schloss gekauft, um diesen Schrank abzuschließen, in dem sich wahrscheinlich einfach nur ein Waffenupgrade befinden wird. Ich sag das jetzt einfach nur, also nur ein Waffenupgrade. Das ist schon geil, ein Waffenupgrade, aber... Keine Ahnung. Dafür so einen krassen Aufwand zu machen. Ich will mal hier runterlaufen. Das sieht echt schön aus. Gibt's sogar was. Ein paar Pflänzchen. Und ein Lagerfeuer. Oder auch nicht. Cool. Aber ein Rätsel. Fehlende Ausrüstung. Ach, wir haben noch keine Seilpfeile. Da sind wir noch irgendwie nicht zu früh dort. Ja, ich seh schon, was wir hier auf jeden Fall machen müssen. Wir müssen wahrscheinlich über den See später. Das Teil müssen wir loslösen, was... sich viel zu krass bewegt. Junge. Und, ähm... Wir müssen dann wahrscheinlich mit dem Teil darüber schwimmen, sag ich mal. Das sozusagen als Boot nutzen oder als Raft. Okay. Ja, dafür müssen wir leider erst den Seilpfeil... Könnte das sein, dass wir den freischalten, indem wir den Schrank aufschließen? Könnte sein, ne? Ja, mal sehen. Bin gespannt. So, können wir einfach hier hoch, ja. Bei den vielen Konstrukten kann es übrigens vorkommen, dass man auch mal was vergisst, okay? Nö Leute, ich will euch echt nicht töten Wölfe sind eigentlich ganz süß sogar Gott, die Framerate, die sackt gerade ein bisschen rein Kann das sein? Die hat gerade ein bisschen zu kämpfen hier Zwischen dem Schnee Ich hoffe, man merkt das nicht zu sehr in der Aufnahme Aber Ja, manchmal kommt es vor Ist halt ein Tomb Raider Teil Da kannst du auch die ganz alten spielen Und trotzdem ist es manchmal der Fall Oh, warte, man muss sie Natürlich muss man sie manuell ausschalten Man kann nicht einfach Kuh raufschießen Warum ist so dramatische Musik wegen den Wölfen? Die machen doch gar nichts Die laufen doch nur in einer Rasselbande hinterher Also es ist doch Nichts Verwerfliches Okay, wie kommen wir da rein? Von hier? Nö, wir kommen da gar nicht rein Sehe ich richtig, ne? Ja Na toll Man kam aber auf jeden Fall noch hier hoch Was gibt es hier so? Gibt es auf jeden Fall eine Leiter Da können wir, glaube ich, ranspringen Das probiere ich gleich mal Aber erstmal wollte ich mir die Kiste hier noch holen Was ist das hier für ein kleines Gefängnis? Ah Ein Familienfoto Russland, späte 1950er Jahre Vielleicht war einer von ihnen hier gefangen Ich hatte tatsächlich recht Das ist ein kleiner Knast Hier steht etwas geschrieben Erinnere dich Okay Hätte ich nicht lesen können Okay, wer denkt hier wäre er da gefangen gewesen? Also Ich sag ja Ich sag ja, der Typ Die Framerates hat gerade wirklich Der Anführer der Verbliebenen, also Leute, kann ich mich bitte in Ruhe lassen? Ich will euch nicht töten Nein! Oh, ich hab gedacht, man kann sich da ranhängen Shit Das sieht so Also es ist ja eine Leiter Aber die sieht viel zu dünn aus Um wirklich in Tomb Raider vorzukommen Wir müssen uns bestimmt an die da hängen Perfekt Oh! Waffen-Upgrade Oder Waffen-Dingsbums Halt Kompon- Oh! Ist das der Fallbogen? Ist das das, was ich denke? Wenn ja, dann Uiuiui Da freue ich mich aber drauf Ich denke gerade drüber nach Und ich glaube tatsächlich doch nicht Dass Ähm Ich muss halt runterschießen können Da ist auch eine Kiste drin Und ich glaube tatsächlich nicht Dass Ähm Die Verbesserung in dem Schrank sein wird Weil das ja eine optionale Mission war Und man den Bogen ja Für einen weiteren Verlauf des Spieles braucht Und ich glaube nicht, dass die dann so Sagen würden Jo, okay Du kannst die ablehnen Aber wenn du sie ablehnst Dann war es das halt so Das glaube ich denen nicht Das kaufe ich denen nicht ab Aber warum können wir aufs Dach nicht? Wir können aber hier rüber Oh Gott Ich will nochmal anlaufen Nehmen ordentlich Da kommen wir nicht ran Ich glaube, das wird eine Arbeit Für den Bogen Vergessen, dass die existiert haben Oh, ich sag's doch Es ist ne Leiter Hm Wie kommt man da jetzt am besten ran? Man kann nicht aufs Dach Ne, man kann da nicht rauf Okay, ich denke, dass das wirklich was zu tun hat mit Ähm Sorry Aber ich mach das zu meinem Besten Oh Mann, es tut mir voll leid Die sehen echt süß aus Oh Gott Oh, wie er hingefallen ist Oh nein Ich würde das nicht tun Aber ich muss es Warte mal Wir haben ja wirklich keinen Bogen mehr dabei Ja Ah, wir müssen auch Leder sammeln Stimmt, da war ja was Das müssen wir ja tatsächlich sogar tun Für Upgrades Da zwingt mich das Spiel doch ernsthaft Tiere zu töten Ne, das feier ich gar nicht Oh, da sind ja ein paar Wachen Äh, da waren zwei Wachen Da waren doch tatsächlich zwei Wachen Was hatten die auf dem Kopf? Ist das so ne Skimütze? Ach ne, ist einfach nur ne Sturmhaube Ja, gibt Sinn So Wo geht's jetzt lang? Es ist ein großes Gebiet gerade Es ist viel zu erkunden Wir sollten vielleicht auch mal in die Höhle Von den Wölfen Was macht der da? Oh nein Sag nicht, er hat gerade getrauert Wir müssen da trotzdem mal rein Auch wenn's mir leid tut Alter, was haben wir für ein Was haben wir für ein krasses Knicklicht Was einfach automatisch angeht Oh, nö Sorry, Jungs Ich mach das wirklich ungerne Mir wär's lieber, wenn ihr Leute von Trinity seid Hier muss es doch bestimmt Einen fetten Bonus oder so geben Irgendeine Waffenkiste oder so Oh, man kann auf Schiff die Seite wechseln Das ist interessant Das wusste ich noch gar nicht Nein, sagen wir nicht Wir sind jetzt hier umsonst runter Als ob Oh, wie frech Ne, das feier ich gar nicht Junge, das Game ist wirklich gerade ein bisschen am Abschleudern hier Keine Ahnung, wie man's sagt Muss ich gleich mal ein paar Sachen umstellen Das hat, glaube ich, wieder mit meinem Speicher zu tun Mal wieder Wo das ist natürlich auch sehr gut aus, das Spiel Aber Das, das, also Das kann ja nicht sein, dass das schlechter als Shadow of the Tomb Raider läuft So Ich guck mal kurz nach Ja, hab mal ein bisschen rumprobiert Ich weiß nicht, ob's jetzt besser läuft Kann sein, dass es Nicht besser läuft Keine Ahnung Ist halt ein sehr offenes Gebiet, ne Das ist immer sehr Anspruchsvoll für Tomb Raider Ja, es läuft nicht wirklich besser Naja, gut Muss man sich mit abfinden, denke ich Trinity will an die Quelle Ich muss rausfinden, was sie wissen Oh, benutzen sie Sprengladung Und ich wollte das gerade manuell wegschießen Und ich hatte wirklich kurz gedacht, das müssen wir tun Aua Ja Ja, deswegen, also Tomb Raider-Teile spielen ja normalerweise nicht auf sehr offenen Flächen Sondern immer sehr kapitelweise oder so Ja, und das ist halt immer das Problem dann, wenn Wenn so gute Grafik mit solchen großen Spielenflächen dann halt interagiert Dann hat man halt ein paar Problemchen Oh, da war ein Sendemast Den habe ich nicht gesehen Tut mir leid Ich soll einmal den kaputt machen Dass man die nicht einfach kaputt schießen kann, ist so dumm Als ob die mehr als fünf Kugeln aushalten würden Also bitte Oh, hier ist noch eine Höhle Hoffentlich müssen wir hier nicht wieder Wolfe erschießen Was ist das? Oh, da kommen wir erst durch, wenn wir Den, äh, den Bogen haben Ja Schade Ich frage jetzt, kommen wir denn irgendwann nochmal in dieses Gebiet zurück Wenn wir den Bogen haben Oder ist das so So ein Ding von, ähm Ja, also, komm nochmal zurück, wenn du den Bogen hast Selber Also so, ja, wie soll ich das erklären? Also, schick dann das Spiel nochmal selber zurück Oder soll man das selber entscheiden? Das ist jetzt die Frage hier Apropos selber entscheiden Oh Ja, okay Wenn du das sagst Oh, wir haben andere Waffen Okay, das ist geil Wie gesagt, dadurch, dass ich einen DLC und so habe, ne Haben wir jetzt, glaube ich, andere Waffen auch zur Verfügung Einmal so einen fetten Revolver Der macht natürlich Deutlich mehr Schaden Dann haben wir Ne Desert Eagle Was, also Was? Das ist ja nicht mal nützlich Dann haben wir ne Sieht aus wie ne 1911er Aber ne verlängerte 1911er Oh Dann haben wir ne Uzi Warum auch immer Und das hier ist ne geheime Waffe Die haben wir noch nicht freigeschaltet Ich würde irgendwie richtig gerne mit der Uzi spielen Aber die ist so munitionsverbrauchend Weil es halt ne Maschinenpistole ist Ich will mal Ich will mal die Pistole hier ausprobieren Obwohl, die macht richtig wenig Schaden, ne Wollen wir die mal nehmen? Hm Ich will mal ganz kurz gucken, wie die Uzi in der Hand ist Das hab ich ja noch nie gesehen Aber 29 Kugeln sind so schnell zerschossen damit Also wirklich jetzt Die sind halt in Hand und Drehen weg, ne Äh, wir nehmen mal die Wir nehmen mal experimentweise, ähm Die Pistole hier Die ist zwar nicht wirklich gut Aber ich glaube, die hat nen Schalldämpfer Wenn ich das richtig sehe, ne Ne, warte mal Das ist keine 1911er Das ist ne Gemoddet Oder? Sie hat irgendwie aus wie ne Mischung aus ner TTK Und ner 1911er Ganz komisch Ähm Holer Schlagbolzen Ich wollte eigentlich wirklich auf sowas gehen Wie ein Wie ein Schalldämpfer eigentlich Aber den gibt's nicht Was? Das ist irgendwie frech Nur die Mündungsbremse Oh, das sieht cool aus Sieht aus wie ne Half-Life Waffe Oh, ich würd die echt gerne Ich würd die Ich würd die feiern tatsächlich Ich feier die Waffe Wir nehmen mal das hier Dann macht die jetzt auch gleich viel Schaden Dann behalten wir die Waffe erstmal Ich find das ist ne gute Idee So, hier können wir jetzt auch was verbessern Geschliffene Klinge Eine geschärfte Schneide ermöglicht der Klinge tiefer in Lücken einzudringen Wodurch die Stemmgeschwindigkeit erhöht wird Okay, damit können wir jetzt schneller klettern Auch sehr cool Wir haben doch noch andere Bögen Das hier ist der Selfmade Warum Ich kann keinen anderen ausrüsten Hä? So, das Achso, die sind einfach noch nicht freigeschaltet Okay Können wir auf jeden Fall die Griffwicklung noch verbessern Wollen wir noch ein anderes Outfit jetzt mal nehmen wieder? Wer ist mit dem hier? Ich nehm das jetzt einfach mal Weil ich mal wieder ein bisschen Abwechslung möchte Auf jeden Fall haben wir den Bogen jetzt auch endlich mal wieder Den hatten wir ja die ganze Zeit nicht Auch mal wieder schön, den zu sehen Wie kann man Waffen wechseln? Jetzt nicht auch Ah, okay, zwei Gut Kann sein, dass wir den sogar wirklich die ganze Zeit schon dabei hatten Aber ich den nicht, äh, bemerkt habe So Der ist weg Zwei Stück nur noch Können wir hoch Dann hier rüber Und dann sollten wir jetzt eigentlich alle Alle bekommen können, indem wir einfach nur dem Pfad folgen Wie ein Pfadfinder Schaffen wir den Sprung? Hopp Ja, tatsächlich Wir haben auch Sprünge drauf manchmal Das ist ja insane Okay Da unten ist noch einer Ne, warte, echt? Aber Warum wird mir da das Missionstier angezeigt? Äh, wie kommen wir denn da rüber? Mal Lass mich das mal Lass mich das mal ansehen Wie kommt man denn da rüber? Oh, erst mit dem Bogen Ja Ich seh da doch ne, ne Leine Shit, okay Also kommen wir da generell noch gar nicht Wirklich ran Das ist schade Nein, dann müssen wir erstmal mit der Hauptmission weitermachen Warte mal Ich will hier noch hoch Okay, bekommen wir die Schnelligkeit mit bei den Dingern jetzt Oder Ja Ich denke, es ist Es ist ein bisschen schneller vielleicht Aber wirklich merken tu ich's nicht Wer ist er denn? Der ist schon ein Skelett Oh, aber ein sehr stabiles noch dazu Okay, ich höre auf jeden Fall schon wieder Gegner Aber sollte jetzt ja kein Problem sein mit unserer neuen schicken Ähm, TTK-X-1911er-Prototype Keine Ahnung Oh, warte mal Kann hier auch die Treppen runter Ach nee, doch nicht Okay Na dann Hopp Och nö Wie haben die mich denn jetzt bemerkt, hä? Das hat ja keinen Sinn Ich wollte gerade fragen, ob die keine Headshots mehr schießen kann jetzt Aber doch, kann sie Erste Mal richtig eingesteckt, ne? Weil ich nicht irgendwie Stealth oder so machen konnte Man ist echt ein bisschen am Arsch dann Scheint auf etwas in der Nähe zu deuten Gut ist das Okay Oh, warte Tabula Oh mein Gott Wer sagt denn Tabulator? Ja, ich weiß, dass das der originale Begriff dafür ist Aber wer sagt denn Tabulator zu der Tab Äh, zu der Tab-Taste Also wirklich Das ist ja richtig Okay Ja, der Tabulator Wer kennt's nicht? Sag ich immer dazu Ja, ist genau das gleiche wie mit der Akku Äh, Akkumulator So Alle Jeder sagt ja auch Akku dazu Aber es heißt ja auch eigentlich Akkumulator Oh, warte Da war was Okay Warum auch immer da Leder war Wahrscheinlich irgendwas hinterblieben einfach Da lag man hier Oh, da kommen wir rein Vorratsschuppen Nutzen Sie Bizartinische Was? Okay, keine Ahnung, was heißt Münzen, um Dem Ausrüstungstechniker von Trinity Objekten abzukaufen Gehen Sie auf Objekte und Oh Können wir also Sachen kaufen Ich bin auf eurer Seite Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity Aber ich muss unbedingt hier weg Diese Leute Sind verrückt Ich habe Ausrüstung gelagert Sie gehört dir Wenn du zahlen kannst Über fehlende Dinge fallen die nicht auf Aber wenn sie Lunte riechen Oder mich mit dir sehen Bin ich tot Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld Für den Ernstfall Vorzugsweise Gold Meinst du, wir haben einen Deal Mal sehen, was ich auftreiben kann Du, nicht bei den Preisen Ich kann mir ja nichts leisten hier Ich kann mir ja nicht mal einen Schalldämpfer leisten Oh Ich bin ein armes Stück Wirklich Nicht mal ein Fertigungswerk Okay Junger Mann Entweder du gehst mit den Preisen runter Oder wir haben keinen Deal Was ist das hier? Es ist keine Atombombe Okay Oh Gott, von Atombomben ist die Rede Oh Gott, wir sollten hier schleunigst weg Also wenn davon schon die Rede ist Und das in einem Land, wo man kyrillisch schreibt Aber na gut, das war ja damals keine Atombombe Da labere ich scheiße So, wir können jetzt technisch gesehen schon mal hier rüber Die Frage ist, will ich das schon? Denn ich will ja auch da hoch Komm ich noch gar nicht, ne? Komm ich da überhaupt hoch? Niemals, oder? Naja, was soll's Komm rüber da Ja, ne, die Preise sind auf jeden Fall viel zu teuer Die Berichte bleiben aus Trinity macht sich langsam Sorgen Wir hatten Probleme mit den Einheimischen Unser Funksystem war defekt, aber Jetzt ist alles unter Kontrolle Wenn die Situation unhaltbar wird Werden wir einen halten Wird sie nicht Ich bin aus einem Grund hier Ich wurde auserwählt Ich werde Erfolg haben Sorgen Sie dafür Na toll Lara, geht es dir gut? Gott sei Dank Anna Was Was machst du hier? Ich weiß es nicht Ich kann mich nicht erinnern Was ist hier los, Lara? Ich hab Angst Es tut mir so leid Ich Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen Das ist alles meine Schuld Wer? Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte Oh nein, Lara Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen Was auch immer sie wollen Gib's ihnen einfach So einfach ist das nicht Halte durch Ich hol uns hier raus Irgendwie Pass sie nicht an Bitte Nichts Reden sie Nein Nein, du verdammtes Schwein Wo ist die göttliche Quelle? Bitte Aufhören Ich weiß nicht, wo sie ist Aufhören Sie hat keine Ahnung Was? Du Nein Du gehörst zu denen Ich glaub das einfach nicht Du Du Zwei Du Du konntest es nicht lassen Oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe Wir könnten jemanden wie dich brauchen Du suchst einen Sinn für dein Leben Wir können ihn dir bieten Das soll wohl ein Witz sein Ich hab gesehen, wie Trinity vorgeht Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance Sag's mir, Anna Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard Aber er war geblendet vom Idealismus Das hat ihn zerstört Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv Ein verängstigtes Mädchen Das verzweifelt, wie sein Daddy sein will Wir sind hier fertig Nein Noch nicht Du und ich Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte Denk drüber nach, Lara Du bist noch so naiv vielleicht kann er einfach nicht anders dachte ich auch aber hier sind wir also wie soll ich meine neue bekannte gar nicht ich bleibe nicht hier konstantin ist nicht sehr geduldig ich auch nicht das seh ich netter trick können sie uns hier rausholen es gibt kein uns ich weiß nicht mal wer sie sind oder wieso sie hier sind tut mir leid im moment bin ich nicht sehr vertrauensselig ohne mich kommen sie nicht weit sie wissen gar nicht wie weit ich schon gekommen bin wow was ein plot twist aber auch geheimnisvoll sie sind überzeugt sie erfüllen den willen gottes wie ich das sehe sind die alles andere als heilig ja das war auf jeden fall ein ziemlicher plot twist meine gott mein gott mein gott hier ist schon mal eine offene mauer aber ich würde auf jeden fall sagen ob wir hier ausbrechen können und uns befreien können und ihn hier vielleicht auch mitnehmen das sehen wir dann in der nächsten folge von rise of the tomb red up noch einen wunderschönen abenteuerlichen tag lasst eine bewertung da und wir sehen uns beim nächsten mal bye bye bis zum nächsten mal